Ich zeige dir in diesem Video, wie du regelmäßig Topspiele der Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League und Europa League live und komplett kostenlos sehen kannst. Schau einfach unten in die Videobeschreibung, um die aktuellen Topspiele aus allen Wettbewerben live zu sehen. Gib diesem Video jetzt einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal, damit du keinen Livestream in der Zukunft verpasst. Um die Fußballspiele kostenlos zu sehen, musst du dich bei CyberGhost VPN über den Link unten in der Videobeschreibung anmelden. Da CyberGhost VPN eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie hat, könnt ihr euch nach den Spielen ganz bequem euer Geld für das benötigte Abo zurückholen, wenn ihr nicht überzeugt seid und CyberGhost VPN nur einmalig nutzen möchtet. Hast du dich bei CyberGhost VPN angemeldet, musst du die App aus einem App Store deiner Wahl installieren und öffnen. Nun musst du dich mit Hilfe von CyberGhost VPN über das Land einwählen, welches die Spiele live und frei zugänglich im Internet streamt. Für die Champions League Halbfinalspiele musst du dich beispielsweise über Luxemburg einwählen und auf die Livestream-Links aus der Videobeschreibung klicken. Die Bundesliga und Zweite Bundesliga wird häufig über das Vereinigte Königreich und Brasilien übertragen. Die Champions League gibt es immer wieder auch bei ServusTV über Österreich zu sehen. Schau einfach in die Videobeschreibung, um die aktuellen Livestreams der Top-Spieler aus allen Wettbewerben zu finden. Wenn du ein echter Fußball-Experte bist, dann klicke auf meine herausfordernden Fußball-Rätsel auf der linken Seite. Wenn du viele weitere kuriose Szenen und Skills aus der Fußballwelt sehen willst, dann klicke jetzt auf das rechte Video und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss bis zum nächsten Video.